Joho Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokemon Goal mit Bernie. Yeah, das bin ich. Und jo, was haben wir denn für Pokemon Start? Pokemon, ähm, Hotdog, äh. Jetzt bin ich mir nicht sicher, Stein oder Feuer? Wir setzen Wassermann vor. Kommt nicht schaden, probieren. Schauen wir mal, was ist denn das für einer? Ich bin Bruno, ein weiteres Mitglied der Top 4. Ich trainiere, bis ich erschöpft bin, da ich an meine Potenziale glaube. Aber diese Art bin ich so stark geworden. Kannst du unserer Kraft widerstehen? Hm, ich sehe, du führst das jetzt nicht. Und siehst entschlossen aus. Genau richtig vor einem Kamm. Bereit Bernie, du wirst dich unserer unbändigen Kraft beugen müssen. Waaaaaah. Äh, unbändige Kraft bist du ein Fighter? Capoeira. Capoeira, 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 Capoeira. Mist. Nehmen wir mal surfen. Capoeira, 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 Capoeira. Ah, Schaufler. Äh, Schaufler. Hm. Schnabler. Flucht-Pokémon kann er mit Schaufler nicht viel ausrichten. Hä, ha, 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 ha. Und Schnabbel. Tag, ich den daneben. Äh, Mist. Hypnose. Ha, 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 ha. Das ist ein Lachen von Dani. Und Schnabbel. Und Volltreffel. Nein. Und Schnabbel. Yeah. Und Schnabbel. Und Schnabbel. Und Schnabbel. Surfen. Oh, let's go surfen. Äh, sorry für das Piepsen, aber ich habe gerade meinen Skype offen und ich glaube, das schreibt gerade jemand, wenn ich mich nicht täusche. Und, was gibt es noch mal? Oh, 994. Schickt Nocchan, 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 Nocchan. Nocchan, 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 Nocchan. Und Flammenrad, vielleicht hilft das? Ah ja, aus Rabaut kann man Capoeira, Nocchan und Kickli entwickeln, so muss ich sagen. Piss vielleicht nochmal? Wird Tempo immer stärker oder? Nicht. Aber Piss ist nicht effektiv, nehmen wir Flammenrad. Flammenrad. Ich glaube ich mache Pokémon Wechsel machen. Wir wechseln zu... Schnabler. Schneller Wechsel. Ah oh, naja. Und Konfusion. Hä? Wieso haben die alle so eine hohe Initiative? Kann mir das jemand sagen? Yeah. Und hat 36 und neues Level. Level 46. Und 36 für Foto auch. Machu Mai. Für Machu Mai setzen wir... hier. Steinermain. Und los. Ah ja, was wollte ich vorher sagen? Geht auch aus. Rabauts kann man Capoeira? Äh... Was? 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Regler Level 46. Surfen. Ah ja. Okay. Äh... Rabauts kann man Capoeira, Kikli und... Nogchan machen. Und so außen. Und hier ist je nachdem... Ob jetzt der Angriffspferd höher ist bei der Entwicklung oder niedriger. Oder wenn sie gleich ist. So in der Art glaube ich... Ist es. Wenn mich nicht alles täuscht. So irgendwie. Wie? Oh mein Gott. Mist. Mist. Jetzt schon wieder zwei besiegte Pokémon. Ähm... Hähnchen. Wir nehmen... Kopnus. Nein! Keine Top Trank! Na? Mist! Mist, 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 Mist. Kopnus. Ja, ich darf noch einmal. Volltreffer bitte. Na... Ja, ausgewichen. Und... Kopnus. Ja, ausgewichen. Und... Kopnus. Was? Los, 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 los. Steinergel! Neeeein! Nein, 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 nein. Okay. Und Kopnus. Buf! Boah, ja gerade! Boah, 1902! Boah, Wahnsinn! Ohne hat er noch... Kickli hat er noch! Kickli hat er noch! Kickli, ich setz mal... Ähm... Ich hab schon zwei... ...Pokémon... Ähm... Schnabler! Kickli! Kick-Kickli! Kick-Kick-Kick-Kickli! Und... Hypnose! Jawoll! Machen wir mal ein bisschen auf Sicherheit! Und... ...Konfusion! Wenn das passt, dann passt das auch! Yeah! Volltreffer! Und noch einmal... ...Konfusion! Kiedropizzi! Wird da stehen! Ja! Kickli wurde besiegt! 1251! Und Top 4 Bruno wurde besiegt! Warum? Ich konnte ich... Wie konnte ich nur verlieren? Boah, 9200! Da ich verloren habe, muss ich jetzt still sein! Bereite dich auf die nächste Herausforderung vor! Ok Doki! Das war mal Nummer 3! Jetzt! Boah! Nicht nur 8 Beleber! Mist! Oh mein Gott! 7! Wenn ich bei der nächsten Runde 3 Beleber brachte, dann ziehe ich schon ziemlich alt aus! Ähm... Joah! Shit! Dann brauchen wir mal einen Hypertrank! Hier! Und... noch einen Hypertrank! Da! Okay! Dann brauchen wir einen Supertrank! Hier! Ähm... Was haben wir dort? 3! Nehmen wir es mal! 1650 Na ja! Supertrank! Und jetzt... Bier abn! Und... Und bewassern ihm... ihm ein... Ehen wir einen Toptrank! Ich fühle euch das mal! Okay! Weiter gehts! Oh mein Gott, wo sind wir hier? Ja, Leute, wie der Kampf gegen diese süße Lady, der weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, let's play Pokémon Gold mit Bernie. Also Leute, haut rein. Ciao, ciao.